Wie weit ich fahre zum Krankenhaus, angenehm was? Achso, war gut. Wir sind uns näher gekommen. Wir haben die andere Ebene erreicht. Nicht so wie wir, die beiden sind gleich. So, also gar kein Problem. Er wird immer nervös, wenn ich in seiner Leben. Dann denkt er immer, jetzt kommt wieder was.